ja hallöchen tagesmotivation von heute teilen 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 weißt du was lustig ist erfolg haben möchten gerne viele teilen da wird schon schwieriger weißt du mich haben auch ein paar leute angesprochen auch andere trainer und sag mal ernst spinnst du überhaupt wieso gibst du dein wissen preis du machst das alles umsonst ja wieso denn nicht ja wieso denn nicht wieso soll ich mein wissen nicht teilen weißt du was passiert wenn man sein wissen teilt es vermehrt sich auf wundersame art und weise natürlich kann ich nicht immer noch alles teilen natürlich verlange ich auch geld wenn ich leute coache firmencoachings private coaching das gibt es mit sicherheit nicht umsonst ja natürlich verlange ich auch geld für meine seminare aber ich teile auch gerne ich lade auch sehr 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 gerne ein und das möchte ich dich auch bitten geh auch du nimm auch du den fad des teilen zum weißt du was du wirst so wunderschöne großartige dinge erleben wenn du anfingst zu teilen das ist so hammer 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 cool und du brauchst keine angst zu haben weißt du wissen was du teilst vermehrt sich ja und wissen was du zurückhältst wird immer weniger stell dir mal vor du profitierst jetzt hier davon vom einen oder anderen videoclip wo du sagst hey man toll das habe ich richtig gut getan ich fühle mich bestärkt dann gib es doch bitte weiter teile es mit anderen menschen darum möchte ich dich beten teile 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 jeden videoclip ich habe fans von mir die teilen wie jeden jeden videoclip auf ihrer webseite bei facebook bei xink bei linkedin und was es sonst noch alles gibt weißt du was dann passiert auch da kommt ganz 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 viel dankbarkeit zurück das heißt diejenigen die auf deiner fanpage oder auf deiner facebook seite oder oder diesen videoclip sehen sind dir wiederum sehr sehr dankbar ergo hast du wieder ein paar freunde gut gemacht du hast wieder ein paar steine im brett wie es so schön heißt und unterschätzt das einfach gar nicht also ich finde es toll wie viel das da zurückkommt das ist für mich immer entschuldigung das ist für mich immer wieder absolut faszinierend das ist wirklich ein ganz ganz großer segen wenn man teil teilen doppelte freude nicht teilen doppeltes leid geht gute dinge in die welt hinaus auch ich mache das regelmäßig wenn ich ein cooles buch sehen in coolen videoclip sehe oder irgendwo ein cooles zitat ich teile es mit anderen menschen wieso wenn wir alle alle endlich es verstehen würden in dieser welt mehr zu teilen wir hätten viel weniger stress werden viel weniger kriege werden viel weniger kasperl theater wie ich das nenne wir hätten eine wundervolle friedliche großartige welt in der wir uns so wohl fühlen in der wir jeder einzelne so bereichert wird weil es ist doch so viel platz da ist so viel platz für gutes da ja jetzt kann es natürlich sagen was für ein schwachsinn hier ich teile prinzipiell nicht ich kriege nie was zurück ja ich teile ohne daran zu denken dass ich jetzt dafür was zurückkriege um hat das wählen wenn ich teile es ist ein geschenk von mir von herz zu herz so musst du das sehen dann hast du auch kein stress ich kriege niemals zurück du kriegst doch so viel zurück vom leben oder bist du heute morgen nicht gesund aufgestanden hattest du nicht was zu essen jetzt sagst du ja dass ich gesund aufgestanden bin das ist ja normal nein das ist nicht normal uns geht es doch so gut das leben beschenkt und so 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 reichhaltig und dafür dürfen wir doch auch dankbar sein also ich freue mich wenn du teilst ich werde es hier sehen wer es teilt mach es einfach die nächsten zwei drei monate und ich darf die eine sagen es wird zu deinem segen werden und du kannst schon gar nicht mehr anders als einfach teilen andere menschen daran teilhaben lassen am tollen leben am erfolg wenn du mehr zu dem thema erfolg wissen möchtest dann schau dir die erfolgszitate an unter www.erfolgszitate.de da gibt es über 300 erfolgszitate oder du gehst auf meinen youtube channel ernst krammeri abonnierst den und dort hast du über zweieinhalbtausend videoclips rund um das thema erfolg hey wenn das kein riesen fundus ist ich habe leute die sagen du ernst seit jahren schaue ich immer immer jeden tag anstatt fernsehen schaue ich dein youtube channel an und ich bin so inspiriert und wenn du regelmäßig infos möchtest von uns dann melde dich einfach an unter www.krammeri-newsletter.de und du verpasst gar nichts mehr was es neues gibt ich bin gerade hier auf der fahrt nach st moritz dort treffe ich mich mit meinen seminarkunden mit coaching kunden und freue mich riesig auf drei traumhafte tage wer weiß vielleicht bis zum nächsten mal auch dabei ciao bei bei lass es dir gut gehen